Kalzium, der wichtigste Mineralstoff in unserem Körper. Wir schauen uns die Funktion an, den täglichen Bedarf und die natürlichen Quellen in unserer Nahrung. Kalzium ist das wichtigste Mengenelement in unserem Körper. Es gibt Mengenelemente wie Kalzium, Natrium und Spurenelemente. Das sind dann jene Mineralstoffe, die in ganz kleinen Dosen vorkommen. Also Kalzium kommt am häufigsten vor von allen Mineralstoffen. Unser ganzer Körper enthält ungefähr ein Kilogramm Kalzium. Und das ist vorwiegend in Knochen und auch in den Zähnen eingelagert. Es führt zur Stabilität von Knochen und Zähnen. Das ist wirklich die Hauptfunktion von Kalzium in unserem Knochen. Aber es gibt noch viele andere. Und eine ganz wichtige Funktion von Kalzium betrifft die Freisetzung bei der Muskelerregung. Wenn also ein Nerv einen Impuls auf einen Muskel gibt, damit der Muskel sich zusammenzieht, das braucht Kalzium. Eine ganz wichtige Funktion. Es gehört auch Magnesium dazu, aber ohne Kalzium können wir die Muskulatur nicht erregen. Das gilt auch für das Herz. Und noch eine wichtige Funktion findet im Gehirn statt. Die Nervenübertragung von einer Zelle zur anderen nennt man eine Synapse. Das ist ein kleiner Spalt. Die Nervenübertragung geht elektrisch. Im Spalt drin haben wir dann die Neurotransmitter. Das ist biochemisch. Und das löst wieder eine elektrische Weiterleitung aus. Und damit diese Neurotransmitter ausgelöscht werden, ausgeschüttet werden in die Synapse, dafür braucht es Kalzium. Also das sind die drei wichtigsten Funktionen. Knochenaufbau, Muskelerregung und Nervenübertragung. Es gibt noch weitere, aber das könnt ihr selber nachlesen, wenn es euch interessiert. Der Bedarf. Wir brauchen pro Tag ein erwachsener Mensch ca. 1000 bis 1200 Milligramm Kalzium. Reines Kalzium. Das ist der tägliche Bedarf. Eigentlich ist dieser Bedarf durch unsere Nahrung abgedeckt. Krankheiten mit zu wenig oder zu viel Kalzium sind eher selten. Ich habe das ganz selten gesehen. Wenn ich Kalzium messe im Blut, ist es bei 99 oder mehr Patienten immer normal. Man muss aber aufpassen mit Kalziumüberschuss. Ich sehe immer wieder, dass vor allem Frauen, die an Osteoporose leiden, vom Arzt Kalzium verschrieben bekommen. Und das kann langfristig dann zu einem Überschuss führen. Der ist nicht mal unbedingt messbar im Blut. Man ist dann vielleicht an der oberen Grenze. Aber der Körper lagert Kalzium ab in den Blutgefäßen, in den Arterienwänden. Und das ist problematisch. Wenn es keinen Platz mehr hat im Knochen, dann muss das überschüssige Kalzium irgendwo hin. Und eine Ablagerung in den Blutgefäßen kann zu hohem Blutdruck führen, zu steiferen Gelenken und dann eben auch die Arterienverkalkung begünstigen. Jetzt, wo nehmen wir Kalzium her? Wir wissen alle, dass die Milchwerbung uns klar macht, Milch ist die Quelle für Kalzium. Und das stimmt. In einem Liter Milch hat es ca. 700 Milligramm Kalzium. Jetzt nehmen wir aber unser Leitungswasser. Je nachdem, wo man wohnt, hat das auch schon zwischen 100 und 200 Milligramm Kalzium. Mineralwasser können sehr hoch liegen, bis 500 pro Liter. Also das sind natürliche Quellen. Dazu kommen grüne Gemüse und Nüsse. Speziell in Moringa. Also Moringa wächst ja nicht bei uns. Aber Moringa ist im Kalziumgehalt höher als die Milch. Also das wäre eine natürliche Quelle, die man auch noch nutzen kann. Jetzt bei der Milch. Es wird ja immer wieder geworben, Milch macht starke Knochen. Das stimmt zwar, aber Milch hat eben auch eine Kehrseite. Magen-Darm-Probleme ist ein oft unverträgliches Lebensmittel. Deswegen ist für mich die Milch nicht immer ideal oder als erste Empfehlung zu verstehen. Aber das hängt davon ab, ob du sie gut verträgst oder nicht. Und zum Schluss, wenn du ein Produkt suchst mit Kalzium, empfehle ich dir eines zu suchen, das zwei Kalziumsalze enthält, nicht nur eines. Weil diese Salze haben verschiedene Aufnahmefähigkeit und Bioverfügbarkeit im Darm. Und mit zwei verschiedenen hast du einen besseren Spiegel und Verteilung über den Tag. Ich werde es austausch. Untertitelung des ZDF, 2020